Das Thema Energie soll für uns einfach sein. Wir wollen uns da nicht um viel kümmern. Hallo, wir sind Katja und Robert und leben mit unserem Sohn Lukas am Stadtrand von Berlin. Ich denke aus der Steckdose, oder? Aber auch von der GASAG. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir unsere Zeit sinnvoller nutzen wollen, als sich um Orgakram zu kümmern. Und die GASAG, die gibt es ja quasi schon immer. Die sind Experten auf dem Gebiet. Das war für uns ja auch das entscheidende Kriterium für die Wahl des Stromanbieters. Und beim Wechsel mussten wir uns eigentlich auch um nichts kümmern. Das ist bis heute so geblieben. Wir machen alles online, ganz einfach vom Sofa aus. Da bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge und das alles zu einem wirklich fairen Preis. Was soll immer mehr?